Audiobeweis, der dritte Liga-Podcast. Glückwunsch an uns selbst und an die Runde natürlich. Heute etwas kleiner, Markus Höner ist da und Yannick Barkic. Herzlichen Glückwunsch zum 75. sozusagen, Jungs. Ja, vielen Dank, Tobi. Aber ich muss sagen, der Moderator von letzter Woche war irgendwie cooler drauf. War ein Spaß. Schön, dass du wieder da bist. Und natürlich herzlichen Glückwunsch an Thomas Wagner. Das sind irgendwie die Momente der runden Feierlichkeiten. Wir 75 und Thomas auch. Also Thomas auch einen runden Geburtstag. Unser kleines Kronjuwelchen. Genau, deswegen hat er sich die kleine Auszeit verdient. Wer einen runden Geburtstag feiert, der darf auch mal ein paar Tage Urlaub machen. Aber Kronjuwelchen ist ja schon eher ein Siegelring. Das ist natürlich jetzt, jetzt kann er sich gar nicht verteidigen. Aber gut, das macht er dann wahrscheinlich nächste Woche. Ach du Scheiße, dann melde ich mich ab nächste Woche. Wobei eigentlich, wenn es was zu feiern gibt, dann kann man ihn eigentlich immer ganz gut gebrauchen. Also jetzt zumindest hier bei uns beim 75. holen wir alles nach zu gegebener Zeit. Geht ja eh irgendwie nicht so gut, wenn man sich nur auf dem Smartphone-Bildschirm sieht. Ja, und ich habe ja auch noch 70 Euro für unser Sommerfest hier liegen. Das ist ein guter Grundstein. Wahrscheinlich wird daraus eher dann ein Winterfest. Das kann auch sein. Da kann man sich schon mal schöne, leckere vier Aperitifs bestellen. Sehr gut. Ja, aber für 70 Euro, was nimmst du denn, was hast du für eine Aperitivkultur? Gehst du nur im Adlon in Berlin Aperitiv trinken? Da habe ich nämlich wirklich mal draußen ein Eis-Tee für acht oder zwölf Euro. Ich weiß nicht mehr. Unverschämt. Wie kommen wir jetzt vom Adlon in die dritte Liga? Ja, auf Viktoria Berlin natürlich. Ja, ich würde auch sagen, genug gefeiert für heute. Shampus Fugit, sagt man ja auch. Wir haben keine Zeit. Es steht ja auch schon bald wieder die nächste technische Probe an, denn wir sind ja schon an einem Spieltag, fünfter Spieltag. Aber bevor wir darüber reden, natürlich dann erstmal Rückblick auf den vierten, aufs Wochenende. Und wenn ich das richtig sehe, war ich der Einzige von uns dreien, der im Stadion war. Weil, ist das richtig? Jannik hat ja auch irgendwas gefeiert, irgendwas mit Hochzeit. Genau, es sind ja die Feierwochen. Ich war bei einem sehr geschätzten Kollegen, Tim Frohberg, der hat geheiratet und habe alle Drittliga-Ergebnisse aus der Ferne verfolgt, aber bin durchaus im Thema. Und Markus? Ich war zwar im Stadion, aber in keinem Drittliga-Stadion, sondern in Rostock. Nach langer Zeit mal wieder in Rostock, zweite Liga gegen Dresden. Habe aber schön nachmittags, weil das Abendspiel hat den Vorteil, dass man eben bis circa 19 Uhr, wenn es dann mit der Vorbereitung losgeht, schön alles andere verfolgen kann und habe die dritte Liga mit viel Interesse verfolgt. Ja, meine Frage ist natürlich an dich. Du warst ja in Kaiserslautern und der Betzenberg jubelt. 3 zu 0. Ich hätte persönlich nicht gedacht, dass sie da gewinnen gegen die Löwen. Und ich stelle mir natürlich die Frage, ich habe das Spiel nicht gesehen, war Lautern wirklich so gut oder waren die Löwen so schlecht? Weder noch, würde ich sagen. Also das war so ein Spiel, was eigentlich auch in die andere Richtung gehen kann. Die erste halbe Stunde hat man schon gemerkt, Kaiserslautern noch sehr verunsichert und die 60er schon ziemlich gut auch. Ich habe das Spiel zusammen mit Bernhard Trares geguckt, der saß neben mir, der war beim Magenta Sport unser Experte und der hat dann auch irgendwann so Anfang der ersten Halbzeit gesagt über die 60er, die können schon kicken. Und man hat auch gesehen, das ist einfach eine richtig gute Fußballmannschaft. Nur was so ein bisschen gefehlt hat, war vielleicht die letzte Überzeugung. Sascha Mölders und ich glaube Keanu Stau, da hatten direkt in der Anfangsphase auch zwei richtig große Chancen. Wenn die da eine von nutzen, dann geht 60 in Führung und dann wird es, glaube ich, ein anderes Spiel. Lautern hatte auch eine große Chance direkt am Anfang durch Jean Zimmer. Kann er natürlich auch reinmachen, hat er nicht. So und dann lief das Spiel so eine halbe Stunde vor sich hin und du hattest eigentlich gedacht, wenn er jemand trifft, dann ist es dann schon vielleicht eher 60. Dann gab es eine Trinkpause und direkt danach halt dieser, ich will jetzt nicht sagen Sonntagsschuss von René Klingenburg, aber das war natürlich schon auch echt ein richtig schönes Tor. Aber der geht, glaube ich, nicht jedes Mal rein, wenn man so eine Direktabnahme macht. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Doch. Traumtor. Traumtor. Fantastisch. Und dann war natürlich eine andere Gemengelage. Dieser ersehnte, erlösende erste Saisontreffer für Kaiserslautern hat natürlich dann Kräfte und eine Wucht freigesetzt. Dann war das Stadion natürlich auch wieder da. Und dann ist es auch für eine Mannschaft wie 60 schwer, da nochmal wieder gegen anzukämpfen. Und dann hat Lautern einfach auf einmal ganz viel entfacht, was sie vielleicht vorher noch nicht auf die Strecke gekriegt haben. 3-0 war vielleicht am Ende einen Ticken zu hoch, weil Mike Wunderlich dann auch noch so ein wunderbares Tor hinten raus gemacht hat. Aber es war jetzt nicht unverdient. Also bei 60 fehlt mir aktuell noch so ein bisschen, ja, so dieses Selbstbewusstsein, was vielleicht abhandengekommen ist. Und das wäre jetzt meine Frage an euch. Liegt das vielleicht möglicherweise daran, dass sie am letzten Spieltag der letzten Saison ja auch noch diese Relegation verspielt haben und dass sich das so ein bisschen festgesetzt hat, dass man das mitschleppt über die Sommerpause und reinnimmt mit in die neue Saison. Kann das sein? So dieses traumatische Erlebnis? Ja, du, unmöglich sind solche Kopfgeschichten ja bestimmt nicht. Dass er zumindest ein bisschen von dem Selbstverständnis verloren gegangen ist. Will aber gerade mich mal wirklich am Experten Bernhard Trares bereichern und werde das heute auch in meinen Kommentaren fern mit übernehmen. Ja, die können schon kicken. Das ist eine ganz tolle Analyse und die würde ich dann auch mal regelmäßig benutzen wollen. Können nämlich einige in der Liga. Ich gebe dir recht, Tobi, wenn du dieses Spiel gesehen hast, ich habe es nicht so verfolgt wie du, aber in der Konferenz dann eben, wenn die Löwen eine der ersten beiden Chancen nutzen, dann ist das natürlich spielprägend und dann wird die Verunsicherung bei Kaiserslautern groß. So ist das nun mal, wenn, dass sich Spiele durch individuelle Szenen entscheiden und da haben sie es liegen lassen, dass dann umgekehrt, genau wie du sagst, dass dann Klingenburg zwar ein Traumtor schießt, aber da brauchst du halt dann auch den Faktor Glück, dass er den so gut nimmt. Sie haben es dann für meine Begriffe aber auch sehr emotional gespielt. Also das war, da war viel Temperament drin. Was mich nur so geflasht hat, habe ich das richtig mitbekommen, dass nur 9.000 Zuschauer da waren, wo 20.000 hätten sein können. Stimmt das? Ja, 8.900 waren es, glaube ich. Davon auch, schätze ich mal, fast 1.060er waren es zumindest angekündigt. Und das war natürlich auch eine Quittung für die letzten Wochen. Wenn die die ersten Spiele gewonnen hätten, dann wären da sicherlich mehr als die 8.000 oder 9.000 gewesen. Aber das finde ich aber schon hart. Trotzdem hat ja John Zimmer und auch Antwerpen die Stimmung nach dem Spiel gelobt, dass trotz dieser nur 9.000 Fans, dass die Mannschaft dann schon getragen hat. Das hast du auch gesehen. Das hast du wirklich gemerkt, dass natürlich dann mit der positiven Spielentwicklung eine unglaubliche Euphorie da war. Also die, die da waren, haben einen tollen Alarm gemacht. Trotzdem, ja, jetzt gesagt, also rote Teufel, Liebe bröckelt nicht. Dass selbst in schweren Zeiten die Zuschauer trotzdem kommen würden. Aber dass es so reduziert ist, hätte ich nicht gedacht. Ich will nochmal zurückkommen auf deine Frage, Tobi, ob die Löwen da diese Niederlage aus der letzten Saison gegen Ingolstadt noch so ein bisschen in den Knochen haben. Ich glaube, dass, also die Löwen befinden sich ja diese Saison in einer ganz neuen Rolle. Letztes Jahr haben sie sich ja wohlgefühlt als Jäger. Keiner hat denen so richtig Druck gemacht, dass sie aufsteigen müssen. Und die haben natürlich in der letzten Saison extrem überperformt, vor allem in der Rückrunde. Und ich glaube, dass es dann normal ist, dass du, ja, in einem gewissen Leistungsloch, ich möchte jetzt nicht Krise sagen, aber irgendwie so eine, so eine Ergebnis, ja, jetzt sage ich doch Krise. Blöd. Ich sage mal Leistungsloch. Ich bleibe bei Leistungsloch. Dass man einfach nicht mehr, ja, an sein, an sein Niveau kommt, was man in der letzten Rückrunde halt hatte. Das ist ganz normal, dass dann viele Leute wie Neudecker, Mölders, dass die jetzt erstmal irgendwie vom Kopf her so ein bisschen nachlassen und nicht mehr so die Power haben. Deswegen an alle Löwen-Fans, so aus der Ferne, würde ich sagen, ey, da ist ja jetzt noch gar nichts passiert und es ist ganz normal, dass man jetzt so eine kleine Delle hat. Die Löwen werden auch wiederkommen. Ich glaube, das Schwierige dieses Jahr ist nur, dass sie halt in dieser neuen Rolle sind, dass sie einfach von jedem als Top-Favorit gesehen werden und die sich ja selber auch den Druck auferlegen, weil sie dagegen nicht steuern, weil sie, selbst Mölders sagt ja, er will unbedingt mal wieder zweite Liga spielen mit 60 und dagegen müssen sie halt ankämpfen. Ob sie jetzt mit einem Stürmer oder mit zwei Stürmern spielen, das ist, glaube ich, relativ egal, weil sie die Konstanz irgendwie auf die Strecke bringen werden. Aber diese Überperformance aus der letzten Saison, das fällt ihnen jetzt so ein Stück weit auf die Füße, aber am Ende glaube ich, dass sie trotzdem oben mit dabei sein werden. Vielleicht bräuchten Sie noch einen, der dem Mölders so ein bisschen die Scoring-Last auch abnimmt, weil man hängt vielleicht doch zu sehr an seinem Tropf. Man hat es ja gesehen, wenn er dann mal eine Chance auslässt, dann ist eben kein anderer da und macht sie rein. Und er wird jetzt auch nicht jünger, sogar er nicht. Insofern, und sollte er sich mal verletzen, dann haben sie, glaube ich, ein Problem. Ja, ich glaube, sie wollten dagegen steuern mit den Verpflichtungen von Bär und Deichmann. Deichmann muss natürlich jetzt auf der Außenverteidigerposition spielen, weil sie da hinten extreme Verletzungsprobleme haben. Ich glaube, das war so auch nicht eingeplant. Aber das ist ja die Diskussion, die wir schon seit, ich glaube, gefühlt anderthalb Jahren haben. Wer ersetzt Mölders? Also wenn er mal ausfällt oder wenn er mal nicht trifft. Das ist, glaube ich, die Diskussion, die ewig geführt werden wird bei den Löwen. Ja, und Marcel Bär ist für mich jetzt auch kein Knipser auf allerhöchstem Niveau. Ist ein guter Drittligaspieler, guter Kombinationsspieler, auch mit einem Abschluss. Aber Torjäger jetzt nicht wirklich. Also ich finde, man muss dann jetzt auch nochmal Michael Kölner ein Kompliment machen, weil natürlich waren die alle total angepisst, als dann Schluss war in Kaiserslautern. Und Michael Kölner kam dann relativ spät erst zu uns zum Interview. Und mit welcher Ruhe und Gelassenheit er dann diese Situation auch analysiert und quasi jetzt den Ball flach hält. Und ich glaube, das auch auf die Mannschaft ausstrahlen wird jetzt im Laufe der Woche oder auch jetzt in den nächsten Partien. Ich glaube, da haben sie einen richtig guten jetzt an der Seitenlinie, der dafür sorgt, dass die Situation da jetzt bei den 60ern nicht überschäumt. Dass von außen auch nichts reingetragen wird. Die Erwartungshaltung ist groß. Aber ich glaube, Michael Kölner kann das super gut moderieren. Der hat einen super aufgeräumten Eindruck gemacht nach dem Spiel. Und das trotz Verletzung. Das muss man ja auch nochmal dazu sagen. Die Wade von Giesing. Er hat sich da echt letzte Woche schwer verletzt. Und nahm auch das mit Humor. Und ist wirklich für mich ein herausragender Trainer. Und den muss man einfach mögen, finde ich. Boah, hör mal, da müssen aber die T-Shirts in Druck gehen. Ganz ehrlich, hast du ihn geklaut oder kommt der von dir, die Wade von Giesing? Die Wade von Giesing ist mir eigentlich am Samstag eingefallen. Aber ich würde jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass es nicht vorher schon jemand anders irgendwo mal getwittert hat. Aber ab ins Merchandising. Sofort. T-Shirts drucken, Kaffeetassen. Wir kennen das aus dem Hause Mölders. Yvonne Mölders berichtet ja alles intensiv bei Instagram. Kann man ja alles verfolgen. Gebt ihr aber total recht mit Kölner. Das ist mir beim letzten Spiel schon aufgefallen. Nach dem 1-1 gegen Turkücü. Da hat er auch gesagt, komm, das ist mal in Ordnung, hier in so einem Spiel zurückzukommen, dann einen Punkt mitzunehmen. Und Hauptsache, wir sind stabil in unserem Weg nicht zu verlieren. Jetzt hat es eben die erste Niederlage gegeben. Aber vielleicht braucht es das in der Tat, was ihr auch beide gesagt habt, dass du da ein bisschen diese Favoritenrolle nach außen und mental ablegst. Die spielen heute Abend gegen Viktoria Köln. Ja. Mit Blick auf die Tabelle ist das schon, beziehungsweise die ganze englische Woche ist ja jetzt spannend, weil es ja schon eine, ich sag immer, so schön richtungsweisende Woche ist, wo du schon richtig Abstand bekommen kannst zu deinen Konkurrenten, beziehungsweise dir so ein bisschen Luft verschaffen kannst. Also das Spiel jetzt heute Abend gegen Viktoria Köln ist schon wichtig für die Löwen. Also ich will jetzt nicht sagen, dass sie zum Siegen verdammt sind, aber ein Dreier sollte es dann schon werden. Sie müssen nicht unbedingt siegen, aber sie sollten schon als Gewinner vom Platz gehen, meinst du, ne? Denkt man so bestimmt auch bei Viktoria Köln, was ja eine, ja, besorgniserregende Entwicklung ist aus Sicht der Viktoria, die zwar zurückgekommen ist, aber die haben schon reichlich Kummer, ne? Ja, das haben wir ja schon in den letzten Wochen auch schon so angedeutet, ne? Dass man die Transfers, wunderlich, dass vor allem der Transfer nicht richtig aufgefangen werden konnte, auch Cueto nicht. Ich verstehe zum Beispiel nicht, warum Timmy Thiele nicht spielt. Ist der verletzt? Dann ist er mal wieder drin. Also irgendwie, weiß ich nicht, warum der nicht mehr spielt. Aber Viktoria ist sicherlich ein Verein, den wir in den nächsten Wochen nochmal genauer beobachten sollten, weil da, weiß ich nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, da ist irgendwas hinter den Kulissen oder sowas. Irgendwie wirkt das alles nicht so rund. Aber bevor wir dann vielleicht von dem Spiel von Samstag weggehen, noch ein Wort zu Kaiserslautern, weil wir reden immer über die, wenn es schlecht läuft. Deswegen müssen wir sie mindestens auch kurz nochmal erwähnen, wenn es jetzt wirklich mal gut lief. Also großes Kompliment, die, das ist, ich habe das ja vor der, oder wir haben das ja glaube ich alle vor der Saison gesagt, das ist einfach auch eine richtig gute Mannschaft. Die haben Potenzial, da oben mitzuspielen. Und jetzt ist es vielleicht mal ein bisschen gelöst worden und jetzt kann man ja auch mal mit einer ganz anderen Einstellung an die nächsten Spiele rangehen, mit einem positiven Erlebnis. Der Knoten ist geplatzt. Antwerpen hatte auch gesagt, er will jetzt mal, das habe ich eben gelesen, er will jetzt mal positiv an die Dinge rangehen oder irgendwie so. Und das haben die sich schon auch verdient. Und auch großes Kompliment oder war echt auch beeindruckt von Jean Zimmer, der wirklich glaube ich Man of the Match war oder vielleicht auch einer der besten Spieler des Spieltages, der die ersten beiden Tore wunderbar vorbereitet hat und all das wieder gut gemacht hat, was in der letzten Partie schief lief, wo er sich auch mit Antwerpen nicht abgeklatscht hat beim Auswechseln. Und das war wirklich eine großartige Wiedergutmachung. Mike Wunderlich hat endlich getroffen. Ich glaube, da geht es vielen gerade richtig gut in Kaiserslautern. Ja, wurde aber schön mitgeholfen. Aber das ist dann halt in so einem Spiel. Dann rutschen die Dinger auch mal rein. Ich nehme vor allem zwei Erkenntnisse mit aus diesem Spiel für den 1. FC Kaiserslautern. Das eine ist ja, dass der FCK es irgendwie immer schafft zu punkten, wenn sie mit dem Rücken an der Wand stehen. Also anscheinend braucht diese Mannschaft den extremen Druck, weil wir wissen ja alle, hätten sie da am Samstag verloren, dann wären das schon, weiß ich nicht, sieben, acht, neun Punkte auf die Löwen gewesen. Abstand, das wäre schon ein richtiges Brett gewesen. Zweite Erkenntnis ist für mich, und das wurde ja wahrscheinlich auch vor dem Spiel so ein bisschen diskutiert, Marco Entwerpen erreicht die Mannschaft noch. Also ich habe irgendeinen Bildartikel vor dem Spiel gelesen, dass es vielleicht schon da ein paar Spieler gab, die gegen Marco Entwerpen spielen, beziehungsweise mit der harten Gangart nicht mehr zurechtkommen. Das Ergebnis beweist ja jetzt genau das Gegenteil. Also die Mannschaft folgt ihm noch, und es ist ja auch, kommt jetzt nicht von ungefähr, dass ausgerechnet die Spieler wie Klingenburg oder Zimmer jetzt spielentscheidend waren. Weil du hast es ja mal vor zwei, drei Wochen schon gesagt, nach der Niederlage in Meppen, da wurde ja Klingenburg anscheinend so angezählt, auch öffentlich im Kreis. Und letzte Woche war es ja Zimmer frühzeitig ausgewechselt mit dem Frust, dass jetzt genau die beiden Charaktere so prägend waren am Samstag. Das spricht dann schon auch für Antwerpen, für den FCK, für die beiden Spieler. Und man muss auch noch dazu sagen, unter Antwerpen ist der FCK zu Hause noch ungeschlagen. Und eigentlich waren auch alle Heimspiele in dieser Saison, auch das Pokalspiel, waren ja eigentlich okay. Und wenn dann jetzt vielleicht demnächst auch wirklich mal wieder eine fünfstellige Anzahl an Zuschauern da ist, oder wenn die wirklich an die 20.000 rankommen, dann wird der Betzenberg vielleicht auch wieder das Fund und das, was sie brauchen. Wichtig wird jetzt sein, dass sie halt diese Leistungsschwankungen, die sie haben, dass sie das mal irgendwie wegbügeln und einfach jetzt mal vier bis sechs Spieltage konstant irgendwie, jetzt nicht eine Siegesserie hinlegen, aber einfach mal konstant spielen. Also immer diese Leistung an den Tag legen, wie es am Samstag war. So, ich möchte wieder nach Köln. Und jetzt gar nicht mal wegen der Viktoria, sondern wegen Waldhof Mannheim. Ich fand das schon beeindruckend, wie die als Auswärtsmannschaft da aufgetreten sind. Und dass jetzt also auch ein Schnatterer ankommt. Und wenn du siehst, wie sie aufgetreten sind, die Buwe, dann sind natürlich Martinovic und Schnatterer, das sind schon echt coole Jungs, die da vorne gerade auswärts, wenn es Räume gibt, mit Schnelligkeit, Dynamik und Abschlussqualität ganz schön Alarm machen können. Und ich finde, das war mal ein Ausrufezeichen, wie die in der ersten Halbzeit aufgetreten sind. Das war allerdings auch ein Ausrufezeichen, wie sie in der zweiten aufgetreten sind. Aber das wirst du immer wieder erleben bei Spielen, wenn du vermeintlich entspannt mit einer klaren Führung in die Pause gehst, dass immer die Gefahr besteht, dass du ein paar Prozent nachlässt und dann die Kurve nur noch ganz schwer wieder zurückbekommst. Tausendmal erlebt den Fußball. Also passiert natürlich nicht immer. So eine Führung ist natürlich auch gerne mal was Schönes. Aber das ist auch immer ein Stück weit riskant. Aber starker Auftritt, fand ich. Ich klaue mir jetzt einen Witz von der Presseabteilung des SV Waldhof Mannheim. Allee LeBeau. Habt ihr den Sololauf von LeBeau gesehen? Also ein eher unbekannterer Spieler in der dritten Liga, der jetzt zuletzt von Rassings-Straßburg gekommen ist. Kann man natürlich überhaupt nicht einschätzen, wenn man den noch nie gesehen hat. Aber so wie der da angetreten ist und durch die Viktoria-Defensive geglitten ist, sah das schon sehr geil aus. Erinnert mich so ein bisschen vom Spielstil her an Frank Ribéry. Soll auch so eine Art Kampfschwein sein. Also ein sehr ekliger Spieler. Ja, und sie haben, wenn du drauf guckst, das habe ich dann so im Vergleich, Viktoria Köln, wir haben drüber gesprochen, wichtige Säulen sind weggebrochen. Beim Waldhof ist viel Gerüst geblieben. Wenn du die Innenverteidigung siehst, Kostli, Donkor, die Außenverteidiger sind geblieben. Martinovic, Bojamba, die auch schon in der Offensive alles unter Beweis gestellt haben. Es ist ein cooles Gefüge. Und wenn da dann noch Schnatterer dazu kommt, da in Lebo gerade erwähnt, Sagiri ist im Mittelfeld stehen geblieben nach der letzten Saison. Also da ist nicht so eine Fluktuation wie bei manch anderem Verein. Und diese Eingespieltheit aus einer drucklosen Grundausgangsposition mit keinem ausgesprochenen Anspruch, man muss, 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 ja, könnte da was gehen. Und jetzt haben sie ja noch Marco Höger. Ja, man muss auch mal langsamer spielen können. Soll nicht Osave auch noch kommen? War im Gespräch, ja. Oder ist noch im Gespräch. Das Transferfenster ist ja noch offen. Also ich glaube, es wird auch in dieser Woche noch einiges passieren. Vor allem werden sicher viele Mannschaften nervös werden, wenn sie aus der englischen Woche mit einem oder keinem Punkt rausgehen. Da wird sicher noch was, da wird der ein oder andere Manager hektisch werden. Ich muss bei der englischen Woche immer an einen Hundegang mich erinnern, wo ich einer Mutter eines befreundeten Kindes es tatsächlich geschafft habe zu verklickern, dass wir in der englischen Woche wegen der internationalen Märkte die Spieler auf Englisch kommentieren. Ich habe es dann hinten aufgelöst. Schwer, schwer Ärger bekommen. Egal. So, also auf Deutsch weiter. Apropos Mannheim heute gegen Meppen. Geiles Spiel auch. Ja, und Meppen lebt. Also ich meine, damit, damit sind wir beim Thema. Ich freue mich jetzt schon. Ich glaube, Tobi mit dir gemeinsam, der 10. September, Freitag, 10. September. Wir dürfen das heilige Emsland wieder betreten. Genau. Gegen Freiburg. Ich glaube, gegen Freiburg 2. Ich freue mich riesig drauf. Ja, wir haben ja oft drüber gesprochen, die Heimstärke der Meppener, das heißt, die Heimqualität der Meppener, die fühlst du, die packst du, wenn du da bist. Aber sie haben es nicht immer zwingend in Punkte umgemünzt. Das vergangene Wochenende war dann ein Beispiel, Kontakt zu Menschen, die sagen, boah, das war elektrisierend, auch Capretti hat das gesagt. Meine Mannschaft ist mit dieser Power vom Publikum irgendwie nicht klargekommen. Und wenn du siehst, was da abgeht, als der Tankolitsch das 1-0 schießt, ja, da freut man sich des Lebens, dass wieder Zuschauer da sein dürfen. Und da freut man sich besonders des Lebens, dass gerade in Meppen wieder Zuschauer da sein dürfen. Das entwickelte Herz dafür ist bekannt. Und Wahnsinn, was die da rausgehauen haben an Emotionen. Und das hätte ich mir ganz ehrlich so, ich war ein bisschen skeptisch mit Rico Schmidt, so, das ist dann so ein bisschen oberflächlich, dass man denkt, ja, der war immer nur im Osten unterwegs, wie wird der da funktionieren? Und das ist ja nicht so, dass er zum Ende der Saison da alles auf den Kopf gestellt hat. So, und jetzt sind sie so da und das nach der Scheiß-Saison, letzte Spielzeit, das war ein Ausrufezeichen. Und der beste Start in die Zweitligasaison, äh, ja, Zweitligasaison, Drittligasaison seit dem Aufstieg. Also ich muss sagen, beziehungsweise ich habe nochmal nachgeschaut, der Slogan des Ems-Landes heißt ja Zuhause bei den Machern. Und wenn man jetzt nach diesen beiden Heimspielen sich das mal anschaut, dann kann man ja auch sagen, der SV Meppen, das sind die neuen Heimwerker-Könige. Ihr müsst jetzt nicht lachen. Ich habe aber geschmunzelt, das konntest du sehen. Ich habe auch ganz leise Hey gesagt. Nein, also, ähm, ich habe mir schon vor der Saison gesagt, dass ich, äh, bei Meppen äh, relativ positiv in die Saison blicke, weil, ähm, ich glaube, dass so eine, ich sage es mal in Anführungsstrichen Nahtoderfahrung aus der letzten Saison, als man wirklich physisch abgestiegen war und dann, ähm, jetzt doch die Klasse gehalten hat, dass das, was macht mit der, mit der ganzen Mannschaft, mit dem Verein, also die spielen mit einer ganz anderen Demut, also die haben richtig Bock auf diese Liga, die wissen das richtig wertzuschätzen und das in Kombination, und das in Kombination einfach, ähm, mit den Fans, mit dieser Atmosphäre, das, ähm, ist einfach schön zu sehen, dass, dass so etwas funktioniert und das ist auch so eine Erkenntnis von mir vom Wochenende, dass, dass die Fans so einen großen Einfluss nehmen können auf den Spielausgang, also das, was Capretti im Interview nach dem Spiel gesagt hat, ne, dass, dass seine Mannschaft das überhaupt nicht kennt, dass so eine Hektik, so eine, so eine hitzige Atmosphäre, dass sie sich davon hat beeindrucken lassen, das ist ja das größte Kompliment, was die Fans des SV Meppen eigentlich kriegen können. Also, ich finde, der Weg vom SV Meppen ist vorgezeichnet, denn, ähm, Funfact, habt ihr vielleicht auch gelesen vor der Saison, die letzten beiden Mannschaften, Yannick nickt schon, äh, die in der dritten Liga von der Insolvenz einer anderen Mannschaft profitiert haben und die Liga quasi gehalten haben, sind danach direkt durchmarschiert in Liga 1. Also, insofern, und? Und Darmstadt. Ah, richtig. Insofern, ähm, kümmert euch schon mal um ein größeres Stadion. Oh, oh nein, oh nein, dieses Stadion, die Hensch Arena muss bleiben. Ne, aber ich meine, wir machen keinen Hehl aus unserer, ähm, Liebe zu Meppen, äh, das tut natürlich schon gut, wenn man das jetzt so sieht, nach allem, was sie da mitmachen mussten. Und wäre schön, wenn es eine sorgenfreie Saison bliebe. Ja, wird auch spannend, ob der Koruk weiter seine, 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 seine Bandspielerfunktion da im Zentrum so entwickeln kann, vielleicht dann auch mit einer gewissen, äh, Abschlussquote, ähm, natürlich träumt man immer weiter da von Dennis Under, was der für, für Erinnerungen zurückgelassen hat, aber der jetzt ja offensichtlich, ja, fast auf dem Weg, äh, in die Premier League ist, also der geht seinen Weg, ähm, aber mal gucken, ob der Koruk da wieder reinwachsen kann, dann der Fassbänder, so ein Tempomann für die Außenbahnen hinterlässt ja einen guten Eindruck und Blacher im Mittelfeld auf der, auf der Sechs als, als neuer Leugas, ähm, mit Käuper, ich finde, das sind ganz gute Schachzüge, ähm, wenn man da jetzt gerade drauf guckt. Ja, vor allem Blacher, wenn du jetzt schon so viele Personalien ansprichst, glaube ich, ist ja schon ein bisschen überraschend, dass so ein Spieler von, vom VfL Osnabrück, dem Verein, den ja in Meppen nicht so viele lieb haben, dass, äh, der nach Meppen kommt und dann so eine tragende Rolle wahrscheinlich dann auch einnehmen wird im Laufe der Saison. Also ich bin gespannt auf das Derby gegen den VfL, ähm, wie er sich da präsentieren wird, weil ich glaube, ähm, er war schon ein bisschen enttäuscht, dass er kein Angebot bekommen hat vom VfL Osnabrück vor der Saison und spielt jetzt in Meppen, also es wird wahrscheinlich ein ganz besonderes Spiel für ihn. So, wie geht's denn jetzt weiter, heute und morgen für euch? Wollen wir, wollen wir schon mal einen kleinen Ausblick wagen? Ja, ich will mich mal gerade zu Wort melden, ich bin ja schon ein bisschen gehetzt, wie ihr wisst, äh, danke GDL für den Lokführerstreik, äh, es gibt so einen Zug, den ich noch kriegen kann, ist ja auch so ein bisschen schwer, wenn du, erklär das mal einem Dritten, ich fahre jetzt mit dem Zug nach Osnabrück, ah, machst du Osnabrück? Nein, ich fahre von Osnabrück nach Lotte, ah, machst du Lotte? Nee, ich mach den SC Ferl, das sollst du mal einem erklären, ähm, der SC Ferl gegen Eintracht Braunschweig, das, was ihr gerade eben mit Fußballemotionen hattet, ähm, da war auch ganz schön was los, da freut man sich auch wieder sehr, dass die Hütte voll ist, ähm, aber was die da einstecken mussten für den 2-0-Sieg gegen Zwickau, also Ihorst, Oberschenkelverletzung, konnte keiner was für, äh, dann Henning, Schulterverletzung, verletzt raus und dann am Ende noch Schulz, Nasenbeinbruch, also die kommen, glaube ich, heute mit dem Krankenwagen da in, in Lotte an, äh, aber, äh, ich freu mich trotzdem drauf, Ferl gegen Lotte ist mein Programm und dann morgen, Sendehinweis, den es hier schon mal gab, Bremer SV gegen Bayern München live bei Sport 1, das letzte übrig gebliebene Pokalspiel, das ja wegen Corona vertagt werden musste. Diesmal aber auch wirklich. Äh, ich geh zumindest im Moment davon aus. Fährst du denn dann zwischendurch erst wieder zurück nach Köln oder fährst du eigentlich direkt weiter nach Bremen und übernachtest da? Ah, Tobi, der Reisefuchs. Nein, ich übernachte in Osnabrück, um dann morgen mit der Bahn, wenn der Streit beendet ist, weiterzufahren nach Bremen, um dann dort zu kommentieren, um meinerseits dann dort zu übernachten und am Donnerstag zurückzureisen, um dann am Samstag wieder nach Gelsenkirchen zu reisen, um Schalke gegen Düsseldorf zu kommentieren, wo ich dann nächtige, um am nächsten Tag Borussia Dortmund 2 gegen den MSV Duisburg zu kommentieren. Und dann fahre ich nach Hause zur Frau, Kind und Hunden. Das ist meine Reiseplanung. Für mehr reichen die Unterhosen nicht, ne? Wieso Plural? Ich bin am Mittwoch im Einsatz. Ich darf ins schöne Saarbrücken fahren und mache das mit dem Auto, weil ich der Bahn nicht vertraue, wenn gestreikt wird, auch wenn der Streik bis dann vorbei sein soll. Ich freue mich sehr auf den Besuch im Ludwigspark, Flutlichtspiel gegen den Spitzenreiter 1. der SFC Magdeburg. Bin natürlich gespannt auf Baris Atik, aber habe natürlich auch Lukas Schuler im Blick. Also auf das Spiel bin ich sehr gespannt, weil es zwei formstarke Mannschaften sind. Die Mannschaft von Uwe Koschinat spielt einen ganz anderen Fußball dieses Jahr. Also sehr, ich sage mal, bedachte Offensive. Also man merkt schon, dass Saarbrücken nicht mehr diesen Hauruck-Fußball spielt. Dreimal zu Null schon gespielt in dieser Saison. Das ist schon ein Unterschied zu Quasinjok zu erkennen. Dafür treffen sie vorne nicht so häufig. Wird spannend zu sehen sein, wie das Spiel ausgeht. Ich glaube sogar, dass Saarbrücken eine sehr gute Chance hat. Und wenn du da arbeitest, Jannik, denk dran, mach das Atik. Uwe Koschinat ist ja jetzt neuerdings Fan der U23-Mannschaft von Borussia Dortmund. Hat er am Samstag nach dem Spiel gesagt. Da hat er gesagt, so wie die hier gegen uns gespielt haben, da kann man ja nur Fan werden. Insofern beneidet er mich, glaube ich. Uwe Koschinat, weil ich nämlich morgen Borussia Dortmund sehe in Osnabrück. Ja, aber das habe ich das letzte Mal schon gesagt, was die da gegen Freiburg abgezogen haben. Also als Kritiker der zweiten Mannschaften bin ich da bekanntlich still geworden. Das hat einfach nur Spaß gemacht. Also es ist schon eine geile Truppe. Ja, Lars Ricken hat am Samstag auch gesagt, wir wollen hier mit anderen Ansprüchen jetzt die Liga bestreiten, als vielleicht noch vor sechs oder sieben Jahren, als sie das letzte Mal in der dritten Liga waren. Und wir wollen nicht nur mitspielen, wir wollen hier wirklich Akzente setzen und auch spielerisch irgendwie vorangehen und auch was Neues prägen. Und das haben sie bisher ja wirklich auch geschafft. Eindrucksvoll. Also die Art und Weise, wie sie spielen, mit was für einem Power. Wie heißt der Pasalic? Also was der für einen Schuss hat. Also mein lieber Scholli, der spielt nicht mehr lange beim BVB, wenn das so weitergeht. Ja, insofern freue ich mich sehr auf den Brückentag morgen. Und weil wir nur eine kurze Folge machen wollten, weil Markus ja weg muss, sind wir eigentlich auch schon durch, oder? Aber hallo. So sieht's aus. Ja, also ich würde tatsächlich jetzt den Akzent der Flucht setzen wollen, weil mit dem Vollsprint Richtung Hauptbahnhof. Impulsflucht. Ich bin mal gespannt, was mich da überrascht. Freue ich mich. Nochmal herzlichen Dank, liebe Lokführer. Ich finde das immer toll, wenn man das auf dem Rücken anderer austrägt. Dann habt viel Spaß in den Stadien. Schöne Woche, schönes Wochenende dann. Und nächste Woche Folge 76. Vielen Dank. Bis dann. Alles klar. Dankeschön. Tschüss, tschüss. Audiobeweis. Der dritte Liga-Podcast. Der dritte Liga-Podcast.